Grafikkarteninteressenten aufgepasst! Die Kryptokurse von Ethereum, Bitcoin und Co. rauschen in den Keller, Mining wird dadurch immer unattraktiver und somit stößt man auf dem Gebrauchtmarkt mehr und mehr auf vermeintliche Schnäppchen ehemaliger Mining-Grafikkarten. Aber Vorsicht! Vor dem Kauf einer solchen Grafikkarte solltet ihr euch unbedingt dieses Video anschauen, denn gerade bei diesen Modellen gibt es so einiges zu beachten. Welche Nachteile eine solche Ex-Mining-Grafikkarte mit sich bringen kann, woran ihr ein gutes gebrauchtes Modell erkennen könnt und ob ihr nicht vielleicht lieber gleich von vornherein die Finger von solchen Grafikkarten lassen solltet? Das alles und noch vieles mehr klären wir in dem heutigen Video. Let's go! Glücklicherweise kennen Grafikkartenpreise in den letzten Wochen und Monaten nur eine Richtung, nämlich nach unten. Mittlerweile sind viele GPU-Modelle zu UVP oder sogar darunter erhältlich, andere wiederum, gerade die von Nvidia, tun sich an einigen Stellen noch etwas schwer. Zur Veranschaulichung der Preisentwicklung hat das Team von 3dcenter.org Mitte letzten Monats ihre Preisauswertung in Form dieses Diagramms aktualisiert, welches die Durchschnittspreise der Grafikkarten in Relation mit den Listenpreisen in US-Dollar setzt. 100% ist hierbei der Listenpreis und alles was darüber hinausgeht entspricht dem durchschnittlichen Preisaufschlag, den Grafikkartenkäufer in den vergangenen Monaten zahlen mussten. Die grüne Linie bezieht sich dabei auf die Preisentwicklung der Nvidia RTX 3000er Modelle, wohingegen die rote Linie für AMDs RX 6000er Grafikkarten stehen. Wie sich unschwer erkennen lässt, gehen die Grafikkartenpreise seit Anfang des Jahres kontinuierlich nach unten und haben mittlerweile ein echt annehmbares Preisniveau erreicht. Nvidia Grafikkarten liegen momentan im Durchschnitt noch 2% oberhalb der UVP, wohingegen AMD Modelle mittlerweile durchschnittlich sogar 8% unterhalb der UVP angesiedelt sind. Was der Graf ebenfalls in Form der gelben Linie gut veranschaulicht ist die Rentabilität von Ethereum, die Kryptowährungen für die Miner in den letzten Jahren den Grafikkartenmarkt leergefegt haben. Doch Mining, also das Schürfen von solchen Kryptowährungen wird angesichts der Kursentwicklungen sowie der steigenden Energiekosten immer unprofitabler, weshalb sich viele Miner momentan dazu entscheiden, ihre Grafikkarten auf Ebay, Ebay Kleinanzeigen und Co. wieder zu verkaufen. Und genau das führt uns schon zum eigentlichen Thema, nämlich wird der Gebrauchtmarkt geradezu überflutet von ehemaligen Mining Grafikkarten und diese werden teilweise für echt attraktive Preise angeboten. Ein Paradies also für alle Schnäppchenjäger da draußen, doch gerade bei gebrauchten Mining Grafikkarten solltet ihr ein paar Dinge beachten, bevor ihr voller Vorfreude einfach zuschlagt. In der Regel sind klassische Mining Grafikkarten 24-7 im Einsatz. Doch tatsächlich ist eine Beschädigung oder ein Defekt der GPU durch diesen Dauereinsatz ziemlich unwahrscheinlich. Solange die Grafikkarte im Rahmen ihrer Spezifikation betrieben wird, hat eine solche Dauerbelastung also keinen maßgeblichen Einfluss auf die Leistung oder Lebensdauer einer Grafikkarte. In vielen Fällen wird die GPU beim Mining sogar undervolted, also heruntergetaktet, um eine höhere Energieeffizienz zu erzielen. Kritischer hingegen wird es beim Videospeicher, der im Gegensatz zum eigentlichen Grafikchip, also der GPU, beim Mining besonders stark beansprucht wird. Nicht selten wird dieser Speicher dann zusätzlich noch übertaktet, also außerhalb der herstellerseitigen Spezifikation betrieben, um das Maximum an Performance fürs Mining herauszuholen. Doch vor allem für den sehr beliebten GDDR6X-Videospeicher, der in allen höherpreisigen Nvidia RTX 3000er Modellen ab RTX 3070 Ti und aufwärts zum Einsatz kommt, kann Overclocking ziemlich schnell zum Problem werden, da dieser Speichertyp ohnehin schon für seine sehr hohe Wärmeentwicklung bekannt ist. Wird dieser VRAM über einen längeren Zeitraum mit überhöhter Temperatur betrieben, so können schnell defekte RAM-Chips oder eine insgesamt kürzere Lebensdauer die Folge sein. Die US-amerikanische Newsseite WCCF-Tech berichtete erst kürzlich von einem Fall, bei dem ein Nutzer eine preisgünstige, gebrauchte RTX 3080 gekauft haben soll, die ja bekanntermaßen über 10 bzw. 12 GB Videospeicher verfügt. Bei einem Blick in die Software GPU-Z stellte sich jedoch heraus, dass gerade einmal 8 GB VRAM zur Verfügung stehen und sich die restlichen Speichermodule scheinbar verabschiedet haben, möglicherweise aufgrund zu hoher Belastung durch Krypto-Mining. Warum das System trotz Teildefekter Grafikkarte dennoch booten konnte, liegt möglicherweise an der angewandten Memory Shielding-Methode, womit sich defekte RAM-Chips unkenntlich machen lassen. Je nachdem, wie ehrlich der Verkäufer ist, wird ein solcher Teildefekt entweder verschwiegen oder offen kommuniziert, wobei ich euch grundsätzlich von Grafikkarten-Modellen mit defektem Videospeicher abraten würde, denn es ist nur eine Frage der Zeit, bis die anderen Speicherchips möglicherweise auch ihren Geist aufgeben. Genau das führt uns wiederum zur ursprünglichen Eingangsfrage, nämlich sollte man aufgrund dieser möglichen Probleme nicht gleich die Finger von solchen Mining-Grafikkarten lassen? Ich würde sagen, nicht unbedingt, aber es ist durchaus Vorsicht geboten. Neben einigen allgemeinen Aspekten, wie die Seriosität des Händlers, die verfügbaren Zahlungsarten, ein realistischer Preis etc., würde ich den Verkäufer vor dem Kauf folgende Fragen stellen. Erstmal, wurde die Grafikkarte überhaupt für Mining benutzt, ja oder nein? Falls ja, wäre meine nächste Frage, über welchen Zeitraum wurde die Grafikkarte dafür eingesetzt und wurde der Videospeicher hierfür übertaktet? Gerade dann wäre ich ziemlich vorsichtig, insbesondere wenn es sich um GDDR 6X-Speicher handelt. Außerdem würde ich nach den Kühlgegebenheiten fragen, also wie wurde die Grafikkarte gekühlt und unter welchen Temperaturen war sie im Einsatz? Sobald diese Fragen geklärt wurden, wäre es am besten, die Grafikkarte im nächsten Schritt vor Ort persönlich zu testen, auszuprobieren und auf oberflächliche Beschädigungen zu überprüfen. Im besten Falle führt ihr noch kurz einen Stresstest durch, unkontrolliert die GPU-Z-Angaben und sollte soweit alles unauffällig sein, so könnt ihr die Grafikkarte ruhigen Gewissens kaufen. Solltet ihr nicht beim Verkäufer vor Ort sein können, so lasst euch die Ergebnisse einfach als Screenshot via E-Mail zusenden. Ein gewisses Restrisiko bleibt natürlich immer bestehen, fragt den Verkäufer unbedingt auch noch nach einer vorhandenen Rechnung für mögliche Garantieansprüche und dann steht euch eigentlich nichts mehr im Wege. Ihr merkt schon, eine gebrauchte Mining-Grafikkarte zu kaufen ist kein Hexenwerk, insofern man einfach etwas genauer hinschaut und beim Verkäufer gründlich nachfragt. Solltet ihr dieses kleine Infovideo gefallen haben, hinterlasse an der Stelle gerne einen Daumen nach oben und abonniere kostenlos meinen Kanal, um kein weiteres Video mehr zu verpassen. Hier habe ich dir jetzt noch links im Bild ein interessantes Grafikkarten-Duell zwischen der RTX 3060 und der RX 6600 XT verlinkt, schaut dort gerne mal vorbei und an der Stelle wünsche ich euch noch einen wunderbaren Tag, haut rein, macht's gut, bis zum nächsten Video, bis dahin, tschau tschau.